Guten Tag, wir sind mal wieder beim Segeln in Kroatien, diesmal im März. Wie gehabt haben wir wieder Sturm und Wind ohne Ende, sodass wir heute Landgang machen. Wir fahren heute nach Split, weil da draußen sieht es ein bisschen schrabbiger aus. Also wegen Sturmböen bis Windstärke 10 Bofon hat die Pagomor heute Ruhe tragen. Das Baurachhund, der passt auf, dass nichts passiert. Wind und Welle ist gut, das Wetter hält auch einigermaßen. Na ja, schauen wir mal. So mein lieber Neptun, das ist ja zumindest mal ein Segeltag geworden. Nachdem wir gestern auch gesehen haben, was möglich ist, da rollt man nur nicht aufs Wasser. Aber so noch den Rest mit ein bisschen Sonnenschein sind wir ja sehr zufrieden. Jetzt sind wir am dritten Tag, wieder Segeln und Bombenwetter. Und wenn man nicht so definitely hört, wie immer noch die Kriste rauskackt. Und dann kann man wieder aufs Wasser angenehm werden, wenn es nicht besser geworden ist. Und dann kann man nur noch die Kriste rauskackt. Und dann kann man auch nur die Kriste rauskackt. So mile vor, dass viel Zeit weg war. Und dann ist es, was wir, die Kriste rauskackt, und dann sind die Kriste ausgesprungen. Und da sind auch noch nicht mehr so? Kann Situation analysieren können, wenn man das schrauben kann. So ist es gut, was wir, die Kriste rauskackt, Der Sonne entgegen. Und morgen gibt es gleich das Lippo. Ja, die Küchengroh ist schon wieder randvoll her. Nach dem ersten Obstschock. Den Kugelfender haben wir gestern mit der Standheizung abgeraucht. Stundenlange fahren ohne Bierkopf. Die Brülle Nase kommt ja vor mir raus. Ja, Juhui! Juhui! Ah, das gibt's ja, denn. Musik 6 Uhr in the morning, Sonntag. Wir gehen heute früh raus. Die ministerische Seefahrt ist unterwegs. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020